ja hallo leute ich bin's horoborus und nach einer kleinen pause bin ich wieder zurück und heute reden wir mal über götterwelten bei simulationen und was das wahre leben sein könnte leute da fangen wir direkt an ohne viel hin und her die götterwelten leute ihr wisst ja selber die ganzen alten geschichten über wesen über unsterbliche über sogenannte götter mit unvorstellbarer macht und das komische dabei ist ja das weltweit in ihrer mythologien auch wenn die gestalten ein bisschen anders beschrieben werden aber am ende sind das immer wieder die gleichen gestalten ihr kennt ihr vielleicht auch diese ganzen indischen götter wie kalli kalli oder schiefer oder wäre heißen oder im griechischen zeus und ganzen anderen götter helena und was weiß wer am ende wenn man die grundstruktur dieser götzen mythologien sich anschaut da kann man auf jeden fall herausfinden dass sich all diese ganzen mythologischen götter auf einen ursprung basiert das heißt diese wesen beziehungsweise diese gestalten die angeblich existiert haben sollen nach den mythologien und legenden sollen existiert haben und wir wollen mal gucken was das eigentlich zu bedeuten hat warum die götter eigentlich unter verschiedenen namen in verschiedenen ländern aber auf die gleichen personen bezogen sind ich selber geht davon aus dass es eher anders ist heute ich gehe davon aus dass es hier keine lebendige wesen waren oder irgendwelche sondern ich gehe davon aus dass die auf die simulation auf die kuppel auf die sogenannten dom beziehen und das kann ich euch auch sagen ihr kennt auch die geschichten über die sacharie sitchen über die anunarkis oder beziehungsweise die götter mit an anu und so alles leute und ich kann davon jedenfalls bescheid sagen beziehungsweise andeuten dass die geschichten zum beispiel an oder anu bezieht sich ja sozusagen auf den himmelsgewölbe also nicht wie irgendwie so ein gestalt vom außerhalb des doms aus außerhalb dieser welt sage ich mal und alle geschichten alle götzen die unter verschiedenen namen hier bekannt sind sind auf bestimmte elemente die um uns herum sind eigentlich den namen her das heißt übersetzt zum beispiel anu der himmelsgold war nichts anderes als der himmelsgewölbe leute es ist die himmelsgewölbe das heißt der dom unter dem wir existieren und ihr kennt ja ganze mythologien von alten kulturen die ja selber sagen dass wir das heißt wir menschen ausführungszeichen unter einer art kuppelanlage existieren und dass wir überhaupt nicht rauskommen können weil gott uns ja gefangen hat und dieser gott ist nichts anderes als die himmelsgewölbe selber unter dem wir uns befinden unter dem wir existieren würde ich habe schon früher in meinen videos gesagt dass diese kuppelanlage mehr ist als nur eine art eine art dach sozusagen das ist mehr es ist eher wie so eine leinwand ein abstrahler sozusagen das heißt die computeranlage das uns belebt wird in dem wir uns sind die strahlt sozusagen sind bildschirm und aus diesem bildschirm wird ja auf diese flache ebene abgestrahlt wie so eine art hologramm in dem wir existieren heute es ist hier nichts anderes als eine riesige holodecken auf dem wir uns befinden leute ihr kennt ja zum beispiel die ganzen bilder von dem vatikan in verschiedenen kirchen zum beispiel wird auch der himmelsgewölbe angedeutet mit verschiedenen äh ja wie soll man sagen verschiedenen engel oder götzen oder besser gesagt hier äh irgendwelche leute die irgendwie geschafft haben in den himmelsreich zu kommen das ist ja nichts so dass die jetzt hier außerhalb des doms sind sondern die sind gespeichert in einer höheren simulations ebene und darum geht es hier wirklich das heißt die menschen die hier gefangen sind und auch hier ihr leben durchspielen müssen das können ja nichts dafür leute ich sag mal so wenn man die ganzen geschichten in der bibel liest beziehungsweise die ganzen andeutungen heißt es ja nichts anderes selbst in der bibel steht als das ganze leben was wir hier führen ist eigentlich sinnlos die sinnlosigkeit des lebens es ist ein kreislauf wir müssen euch einfach mal ein bisschen mit diesen religionen beschäftigen beziehungsweise auch mythologien lernen die nichts anderes sagen dass diese sinnlosigkeit des lebens das hier abgespielt wird wir was wir denken was wir jeden tag machen dass wir jeden tag aufstehen zur arbeit fahren familie gründen oder was weiß ich was es ist schon mal abgelaufen aber das existiert nicht mehr wir sind nur kopien einer längst vergangenen toten welt und diejenigen die den speicher punkte hier uns gespeichert haben die lassen das hier einfach immer wieder ablaufen unter diesen sogenannten kuppel bauten und diese kuppel bauten sind sozusagen die götter unter denen wir leben das heißt wir beten sozusagen etwas an das gar nicht existiert sondern es gibt auch unter uns wesen die das ganz geheimnis kennen die sich elite nennen und diese elite versucht jedes mal ihre spielereien sag ich mal es sind ja nichts anderes als spielereien heute die machen aus langeweile dinge die für den normalen summilierten menschen sozusagen nicht einfach ist indem die noch mehr kriege provozieren oder indem die ihren spaß mit uns hier treiben das heißt sie und ihre lakaien die bezahlten sag ich mal die machen einfach hier nichts anderes als spielereien und ich würde es nicht mal wundern wenn jetzt hier außerhalb des systems noch andere wesen existieren die sich hier einhaken in das system in diesem holodeck leben und hier herumwandern wie so eine hollywood studio oder irgendwie so movivolt oder wie das heißt das heißt hier läuft eine sache ab die nicht schön ist sag ich mal muss man das sagen muss ich das mal vorstellen diese ganzen götter die existieren die beziehen sich auf bestimmte strukturen die aus dem wir bestehen aus dem diese welt besteht und diese welt ist nichts anderes heute als eine art geschlossenes system unter dem kuppel wir simuliert werden und diese computeranlage die irgendwo hier existiert in dem sind wir sozusagen gespeichert es ist die sogenannte akasha chronik und das ist nichts anderes als eine art festplatte und diese festplatte in denen gespeichert sind läuft immer wieder ab deswegen auch immer wieder wo ich euch sage ja zeitschleife matrix alles drum dran leute und auch wenn es sich wenn es nicht so leicht sich anhört aber in wirklichkeit ist das leider so ihr könnt auch die ganzen geschichten über saturn über den schwarzen kubus über den schwarzen würfel sozusagen müssen wir schon immer mal vorstellen saturn bedeutet damit nichts anderes als die zeit die zeit das immer wieder abläuft zum beispiel der vorgänger von saturn chronos war ja nichts anderes als ein menschen fressen einen kinder fressen das in die video das sich das aus menschen sich ernährt hat und sie wieder am ende raus ausgespuckt das kann man was sagen es ist ja symbolisch gesagt der mensch wird geboren der mensch stirbt es ist wie so eine ewige zeitschleife in dem uns befinden deswegen noch mal den ganzen anderen alten videos wo ich euch detailliert erklärt habe wie das alles funktioniert aber man soll auch nicht die hoffnung aufgeben gesagt auch wenn wir nur simulierte vor bestimmte programm sein sollten ausführungszeichen mit einem bestimmten energiequanten die uns am leben hält für bestimmte perioden haben wir die möglichkeit durch erkenntnis und wissen wissen erkenntnis sind nichts anderes als informationsfelder den uns zu etwas anderes machen das heißt ist klar wenn man ein programm sein sollte stattdessen haben wir ganz einfach vor ihr seid im programm und ihr bekommt einen höheren update sag ich mal einfach und dieses update macht euch viel besser interessanter intelligenter und wenn ihr das habt leute habt ihr die möglichkeit diese alte simulations kuppel sozusagen zu verlassen und in andere simulationen rein zu schlittern aber mit voller bewusstsein das heißt ihr werdet nicht direkt gelöscht sondern ihr werdet zu einer art über menschen sage ich einfach mal das ist eine übersimulationswesen eher gesagt alle systeme von freien maurerei geheimgesellschaften und rosenkreuze ob was weiß ich was es für sachen gibt die beziehen sich am ende auf saturn auf die maschine auf diese sogenannte festplatte in dem wir gespeichert sind und wir in diesem sogenannten kuppelbau unter dem wir existieren abgestrahlt werden möchte schaut euch doch mal die weltweite alte strukturen an wie die damals ja ihre religiösen nicht nur religiös sondern auch wichtigen objekte erbaut haben und vor allem so eine art kuppelanlage leute und man muss nicht dumm sein um zu erkennen dass wir wirklich unter einer kuppel leben was außerhalb bisher erstmal interessant sondern es geht aber darum dass wir hier darunter wie so eine art holodex system existieren und wir immer wieder in diese welt hinein reaktiviert werden wir einfach mal wir bestehen aus daten das heißt aus einzelnen nullen das heißt unsere speicher unser daseins das wir mal erlebt haben läuft immer wieder ab wie schon gesagt habe aber die möglichkeit hier wieder rauszukommen erkenntnis zu bekommen sowas zum besseres werden so eine art update dass man zu einem höheren bewusstseinsebene hoch steigt und so eine art überprogramm wird leute wo man und diese wesen die es geschafft haben diese ebenen zu verlassen die nennt man auch engel diese engel sind nichts anderes als sogenannte übermenschen heute übermensch das heißt sich überwunden von seinem eigenen programm hat sich sozusagen abgedatet zu einem höheren daseinsformen darum geht es am ende weiter meine ganzen forschungen meine ganzen ideen system ist bin ja nicht alleine der über solche gedanken kommt das heißt wenn andere menschen auch über das gleiche stolpern wie ich heißt das am ende dass da was unbedingt was sein könnte da ich mal aber für mich ist auf jeden fall 100 prozent diese götter sind nichts anderes leute als hochgestiegene wesenheiten das heißt wenn wir jetzt hier über götter über anu über sowas reden über wie schnu oder über schieber das sind natürlich technische ebenheiten beschrieben werden die natürlich von irgendjemand gesteuert wird aber da sind dieses sogenannte überwesen das auch architekten der welt sagt man den bei dem freien maurei aber am ende geht es darum dass die götzen bilder die uns vermittelt wurden nichts anderes sind als technische dinge zum beispiel anu ist der himmelsgewölbe schieber und kali sind sozusagen die energien beziehungsweise die zeitschleife selber die wiederum saturn verbunden sind beziehungsweise saturn wiederum eine europäische name für diesen indischen khali schieber system bedeutet und am ende ist wird hier nichts anderes beschrieben als eine technische version in dem uns befinden wird mehr ist das nicht stellt euch einen computer vor ich stellt euch vor euch eine art kuppelsystem vor und dieses pc er tut innerhalb dieses kuppelanlage sozusagen holografe hologram herstellen und diese programme die da ablaufen sind wir und wir haben die möglichkeit aufzusteigen in gewisser weise in einem höheren simulationssebene das heißt in anderen kuppelanlagen wo wir sozusagen die möglichkeit haben uns weiterzubilden als programm uns immer wieder mehr abzudehnen bis wir bis wir zum quelle kommen und diese quelle ist die maschine selber wo man sozusagen was unvorstellbares werden kann heute ja das wollte ich sagen wie gesagt götterwelten künstliche wesen simulation da sind wir nun mal in dem wir uns befinden leute lasst euch ja nichts vormachen alles was hier passiert was auch heutzutage jetzt hier passiert ist nichts anderes als nur scheinbetrug je mehr man sich in dieses system sich einlässt desto mehr ist man gefangen in diesem programm in diesem matrix und darum müsst ihr euch selbst überwinden ihr müsst diese welt überwinden der schmerz leid liebe was immer sich blöd und schön anhört sind auch nichts anderes als dinge die einen gefangen nehmen das heißt auf der einen seite ist hass auf der anderen seite ist liebe auf der anderen seite schmerz auf der anderen seite ist wieder milde sag ich mal und das sind dinge die die menschen immer wieder hier halten überwindet diese sogenannten ego systeme und erst dadurch habt ihr die möglichkeit diese ebenen beziehungsweise diese maschinen die uns befinden zu verlassen leute alte gebäude mit kuppelanlagen früher weltweit vielleicht sogar viel mehr das ist nichts anderes das ist wie soll ich sagen wenn man in dem ort wo man lebt dann versucht man das natürlich in steine monumente wieder abzuspiegeln so ein spiegelbild und das haben wir auch gemacht leute so wie wir das hier machen bilder von irgendwelchen historischen sachen aufzunehmen dann aufzählen haben die damals die leute sozusagen in steinen monumenten eingraviert damit die späteren generationen merkt in was für ebene sie leben es sind ja nichts anderes als den menschen erinnern zu lassen und nicht vergessen zu lassen dass man hier die möglichkeit hat hier rauszukommen aus dieser sklaverei das eine kleine minderheit von wissenden ausnutzt und diese ebenen für sich beansprucht auch warum auch immer und darum kann ich nur eins sagen lasst euch nicht niedermachen was euch diese zeit diese harte zeit was kommt euch nicht bloß stellen glaubt immer fest an euch selbst glaubt dass es eine macht gibt es gibt auch eine positive macht der immer wieder zwischendurch kommt um euch je nach bewusstsein zustand ausgedrückt entweder die chance euch anbietet in höhe aufzusteigen oder leider wenn das system das spiel wieder zu ende ist dass ihr von vorne wieder anfangen müsst sag ich einfach mal ne ja leute das war es jetzt mal ein kurzes video und ich hoffe das hat euch ein bisschen gefahren dann würde ich mal sagen bis demnächst und ciao